Willkommen zurück, liebe Freunde, zu ParanormalHK. Zum vierten Teil, glaube ich sogar. Ist das jetzt schon? Und wir müssen irgendwas mit dem Geist machen, mit dem Talisman. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich glaube, Geist einfangen oder so müssen wir. Ja, ich glaube, keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Okay, wir hatten Schlüssel und Talisman bekommen. Was müssen wir jetzt machen? Talisman anbringen, gell? Oder? Uff, was haben wir denn da alles? Boxen, Kisten. Junge, Junge. Socken. Sehr unordentlicher als wie bei mir. Ein Handabdruck. Okay. Können wir ein Foto machen davon? Uff, ich traue mich jetzt gar nicht rein, in die Zimmer zu gehen. Küche? Samatha? Ah, ist die Küche, okay. Boxen. Kann man in die Boxen reinschauen? Kann man nicht. Ähm. Ist hier irgendwas? Ein Fernseher? Ist das ein Fernseher? Fernseher. Ja, wirklich? Das ist ja der Rahmen. Alter, Brüder. Links oder rechts? Rechts. Storage. Okay. Alter. Das ist so creepy hier. Küsseln. Handzüge. Killing. Killing. There's many white flowers on the hill beside the charity house. I'll bring one for you, mom. 1965. 10.08.1965. Today I wear sun-sweat skirt. They might look pretty. Mom's T-shirts are the best. Okay. Was ist das jetzt? Das, wo die Mutter gestorben ist und das kleine Kind dann den Polizisten aufgemacht hat? 6.30 pm, Corridor Market. 8 pm, Kokina. Ok, blablabla. Okay, da muss man auf 8 Uhr stellen, gell? Das machen wir später. Ah. Dingo muss mir den ... Thal... ... und Talisman anbringen, oder? Sech. 7. Und... 8? Ah. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Scheiße Idiot Wir müssen hier auch noch raus gehen Oh Gott Warte mal Puh Es gibt Boost Alter Okay Komm Puh, wir machen das Hoppla So, na Na Fuck Müssen wir sich verstecken? Kann das nicht Komm schon Komm 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 Dann Men bra Oh, wie komme ich denn? Oh, Gott! 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 Hallo! Oh, Gott! 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 Sie sehen, wie Sie? Sie haben sich jetzt ein Geheimnis. Sie haben sich schon geholfen. Sie sind bereit. Sie sind schon wieder aufgerufen. Sie werden schnell wieder aufgerufen. Dann bin ich mit dem Geheimnis. Dann bin ich mit der Karte. Dann bin ich nicht mehr zurück. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich hoffe, ich kann einen Sollen wir einen Kaffee holen, oder? Das ist selbst in Büro, so freaky. Was ist das? Aha. Hm. Hoppala. Ah. Due to physical reasons. Ghostface will no longer be a special guest for our show beyond invisible birth. Ghostface always has a lot of fans. In the broadcast is info. I think I wait to browse our first video. Okay. Slop. Slop. Muss man was suchen, oder? Slop. Slop. Passiert sicher gleich was, oder? Was ist das für ein Büro, oder? Was ist das für ein Büro, oder? Sind im Büro. Vor drei Monaten. Und wir sind alleine. Also sollte nichts passieren. Sollte nichts passieren. Family. Sollte Biskuits. Oh, ich habe jetzt voll Bock auf Biskuits oder Popcorn. Hey Leute. Ich glaube ich werde mit einem Popcorn machen. Scheiß Uhr. Hey, ich bin so schreckhaft jetzt wegen den Spielen. Was haben wir da Schönes? Rechnungen. Oh, Wacktenkurse, hm? Plunge. Ruf mich an. 2436. 701. 2436. 701. Ist das wichtig? Merken wir uns das? 2436. 701. 2436. 2436. 701. Jetzt kommt sicher wieder. Äh. 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 Are you alive? Duff supervisors? Achhi vzza. Da 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 dee. Da höh chork Stall. Da frem kinder. Da frem kinder. Da in Gener faced mit dir. I saved your life? Ah Gott, kann man die Musik nicht ein bisschen leiser schalten? Meine Fresse. Employment Agreement. Okay, also weil wir die Kamera benutzt haben, ist die Katie verflucht gewesen oder wie? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ah, Backup ist zu. War das schon offen? Gut, die ist leer. War schon wieder die Nummer? 243, 243, 6701. Oh nein, nein, was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe Windows-Taste gedrückt. Scheiße. Was? SD? Nein. Ich pack das. Ich pack solche Spiele nicht. Ich lache mich immer dort, wenn andere sowas spielen. Kann sich erschrecken, ey. Ach, die Reaktionen sind wirklich nicht übertrieben, ey. Okay. Bitte kein Jumpscare oder irgendwas, bitte. Rx. Okay. Hallo? Ist jemand da? Gib mir ein Zeichen. Worum bist du aufgegangen? Okay. Ich verlasse jetzt den Raum, ja? Bitte nichts gruseliges machen. Und warum muss man nicht Taschenlampe im eigenen Büro bringen? Ey guck mal, neue Zeuge. Streichhölzer. Ah, Streichhölzer. War das schon so? Hat sich hier was verändert? Nichts, gell? Ja klar, unser Öffener Computer ist direkt am Gang. Also noch einen nachdenken. Einen. So sicher ist ihr? Nein. Also schon noch eine Kuschelung. Wisst ihr. Ihr habt euch mal gemacht. Ich bin jemandem mit der Herbst. Ja mal jetzt kommen. Ich bin jemandem mit der Herbst. Ich bin jemandem mit ihr. was ist jetzt ich kann nicht zurück es rückt dafür ein wasser warum kommt immer so ein Geräusch Musik was ist das jetzt schon wieder ist das der Typ das Backkorn was ist das Kuppe füllen Beine und so traditionelles kinesisches Instrument ok hier ist es nicht was ist dieses Tropfen nein da gehe ich jetzt sicher nicht sicher nicht dran verstecken muss man sich verstecken nach zum Glück aha ein Foto Kling welcome home have you forgotten my profession I will give you the most beautiful body to match with your perfect choice aha Plastik Hiroki Kling 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 it kling cool ich stropf das so slob ich denke jetzt ist es just a witcher brett oder? hä? ahhhh warte mal jetzt muss man zahlen oder was? 243 scheiß ich habe es vergessen oder was muss man jetzt machen? ich kenne mich da nicht raus ad select ah wir müssen das symbol hinbekommen oder? ich check das nicht nummer 1 was ist nummer 1 so nummer 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 4 5 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 7 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 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 12 10 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 zurück, so wie es war, ich weiß, wie war es denn überhaupt, so war das, okay, so war na, Lunge, Lunge war 7, ne, ah scheiße, warte jetzt mal, was ist das jetzt, das ist der Darm ist 3, der Darm ist 3, 3 ist 2, 7, die Lunge ist 7, na, nicht Lunge, oh ja, Lunge, die Lunge ist 7, die Lunge ist 7, oh, das passt sogar schon so, die Lunge ist 7, und das haben wir hier, 4, das Herz ist 4, das Herz ist 4, okay, das Herz ist 4, das nach oben, so, ja, und jetzt, ja, okay, ja, warte mal, vielleicht muss man dann die Sachen, die dann so nummeriert sind, also das 6, 6 muss dann so bleiben, nummer 2 ist dann das nach oben, das ist nummer 1, das muss so, das ist dann nummer 5, das muss so, das ist dann nummer 8, okay, Scheiße Was liegt da? Okay liebe Freunde Bevor wir weitermachen Beenden wir hier mal die Folge Alter Screepy Noch diese Puzzle dazu Und die Rätseln Mein Gott, mein Gott Na gut Freunde Wir beenden wir hier mal Wir machen gleich an der Stelle wieder weiter Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja würde ich mich über ein Like darlassen Oder über ein Abo Müsst ihr es natürlich nicht machen Und wir sehen uns Hören uns dann bei der nächsten Folge Paranormal HK Na gut Leute Wir sehen sich Adios Amigos Ciao